Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge... Oh, ganz schön laut, glaube ich. Zu einer neuen Folge Spellforce. Wir sind hier in... Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Eloni? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, und jedenfalls sollen wir uns hier um ein paar Goblins kümmern, wenn ich das noch richtig im Kopf habe. Wir haben schon so einen kleinen Stoßtrupp uns aufgebaut und ja, wir werden gleich sehen, ob der auch nur ansatzweise reichen wird oder nicht. Komm, ich mache mal noch ein paar Skelette. Ja, ja, ist ja gut. Oh, wurde was getroppt? Ein Schild. Kann ich damit was anfangen? Das sieht aus wie unser Schild, das wir schon haben. Das ist auch genau unser Schild. Ja. Und die wird das wohl eher nicht brauchen. Oh, die... Oh, warte mal. Die hätten wir schon wieder angegriffen. Wo kam es her? Ach, hier. Na gut, das kriegen die selber hin. Ich gucke gerade erst mal, ob ihr das vielleicht doch besser stehen würdet. Ach, ich habe die schon. Hm, ja, ist jetzt die Frage. Schild der Runen. Charisma plus 5, Rüstungsklasse 10. Ach so, Magieart bräuchte die ja. Das geht gar nicht, oder? Warte mal. Doch, tatsächlich. Okay. Ja gut, dann lassen wir es so. Stimmt, die war ja auch Mage, die war ja Heilerin. Das habe ich schon wieder vergessen, dass das gar nicht mehr der Schwertkampfer ist, den wir vorher hatten. Was ist das? Das sah gerade aus wie ein Mensch. Oh Gott. Das war nur ein Baumstumpf. Ja, da sind wir auch schon. Ich gucke mir das hier erst mal in Ruhe an. Hier sind die Haupttypen. Also ganz ehrlich, das sieht jetzt auf den ersten Blick erst mal nicht so schwierig aus. Ich würde es versuchen. Na, da pullen sie sich schon die ersten. Ich gehe mal zurück. Dann pullen wir vielleicht nicht gleich alles. Probieren wir es mal. So, und los. Ich kann hier auch so ein bisschen mitzaubern, damit wir nicht immer nur dämlich daneben stehen. Auch wenn es eigentlich meiner Verschwendung... Äh, kommt ja mal bitte wieder her. Die wird nicht einfach alleine losgerannt. Solange wir nicht angegriffen werden. So, da haben wir was Schönes. Das gucke ich mir jetzt erst mal ganz in Ruhe an. Nicht immer so lospreschen hier. Okay, wir haben 16, 2, 2. Nö, das ist auf keinen Fall besser. 12, 5. Nee. Da würden wir unsere Ausdauer verlieren. Warte mal. Wo macht ihr eigentlich sowas Gutes und wir nicht? Okay. Habe ich hier alle noch dran? Ja. Dann geht's weiter. Es hat ganz gut geklappt. Wir haben nur so ganz wenig gerade gepullt damit. Machen wir das wieder so. Oder spawnen die hier schneller wieder nach. Das weiß ich natürlich nicht. Könnte sogar sein, dass die schneller wieder nachspawnen, wenn wir das so machen. Also bis wir dann wieder unterwegs sind, meine ich. So, die hätten wir auch. Also das sieht auf den ersten Blick hier doch alles ganz easy aus. Ich weiß nicht, ob die uns jetzt das Gebäude hier einfach zerstören lassen. Scheint die gar nicht zu interessieren. Okay. Dann zerstören wir halt einfach mal hier das Gebäude. Wenn die das nicht so wichtig finden. Okay. Oh, jetzt kommen sie doch. Okay, jetzt müssen wir aber unbedingt angreifen. Und am besten auch mit ein bisschen mehr Gewalt. Oh, guck mal. Hier schießt er von hinten. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Vor allem auf Land 4. Also vor allem auf mich. Ja, doch. Das sieht doch gut aus. Am Anfang brauchen wir echt gar nicht so viele Soldaten. Ich will immer am liebsten riesige Armeen machen. Um auch ja nicht zu scheitern. Aber das scheint gar nicht so wirklich nötig zu sein, wenn ich mir das hier so angucke. Na, hier kümmert euch da rum. So, was haben wir da noch Schirmes bekommen gerade? Einen Eisendolch haben wir noch bekommen. Aber, nee. Den Bogen können wir eh nicht benutzen. Keiner von uns beiden, soweit ich das weiß. Und den Helm kann auch keiner nehmen. War das der Helm, den wir noch? Ne, das hier haben wir bekommen, glaube ich. Feuerstahlschild. Eigentlich ziemlich geil. Kann aber keiner von uns nehmen. Ja, ja. Hier helft man ein bisschen mit, Mensch. Und Lenfier, du könntest mal zu der Kiste gehen. Ein Hackebeil, ein Skelettbestern, Stufe 2. Na, super. Das habe ich mir doch schon selber gekauft, oder? Ja, na toll. Naja, können wir verkaufen. Bringt bestimmt eine Menge. Wette ich mal einfach, dass das eine Menge bringt. Ärgert mich jetzt aber trotzdem so ein bisschen, weil die Zauber sind ja nicht gerade billig. Hätte man dann auch anders verwenden können, das Geld. Aber gut, andererseits, wir haben es jetzt auch bis dahin ja auch verwendet. Den Zauberspruch. So, was soll ich jetzt machen? Ich habe es geschafft. Einfach zurück zu unserer Elfin, oder? Oder ich weiß auch nicht. Ich gehe jetzt einfach mal zurück. Ich sehe hier auch gerade kein Weiterkommen. Oder ich bin blind, aber ich sehe wirklich nichts. Ja, dann bleibt uns gerade nur erstmal zurückzugehen. Zu unserem Dorf. Vielleicht in dir lang irgendwo. Wir gucken mal, ob wir gleich irgendwie von der Elfin angesprochen werden. Aber ich glaube fast nicht. Ich glaube, wir sollen einfach weitermachen. Na, warte mal. Ich gehe mal hin. Mit Lamp hier nur. Kann ich denn hier schon irgendwas weitermachen? Wir könnten noch ein paar Krieger machen, tatsächlich. Das ist nur die Frage, wo setze ich die jetzt hin? Vielleicht hier vor das Tor gleich mal? Was hätte ich denn gerne? Ich hätte gerne einen Kleriker. Ach, warte mal. Das müsste ich doch jetzt machen können. Da hinten ist doch Aria. Da müsste ich doch jetzt eigentlich mir einen Bauarbeiter schnappen können und das basteln können, oder? Scheiße, wo ist denn der jetzt? Ah, jetzt rennt er gleich los, oder? Ne, rennt er nicht. Gut. Oh, jetzt sind doch alle hierher gelaufen. Na gut. So, erstmal. Ähm. Ähm. Wo? Wo ist denn jetzt das Fragezeichen hin? Schnell! Ich sehe hier gar nichts gerade. Da ist sie. Boah, man sieht die gerade gar nicht. Ach, die ist zur Seite gelaufen, um wahrscheinlich Platz zu machen, aber deswegen sieht man sie da gar nicht mehr. Steht ja perfekt. Ne. Okay, aber müsstet ihr uns nicht hier irgendwie weiter durchs Tor lassen? Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir jetzt weiterkommen sollen. Ich, äh, ja, ich mache erstmal... Habe ich denn überhaupt schon so ein Tempel hier überhaupt irgendwo als Auswahl? Aria-Schrein tatsächlich. Und Tempel des Lichts haben wir auch. Ich kann es auch anscheinend wirklich hinbauen. Okay, gut. Sehr gut. Ich war mir nicht sicher, ob das klappt, weil es so weit weg ist, aber es scheint kein Problem zu sein. Aber ich brauche da natürlich noch ein paar Leute mehr. Mehr kann ich nicht machen, schade. Herr der Rune? Ja. Ihr geht da jetzt bitte alle einmal hin und helft. Ähm, Tempel sollte ich vielleicht auch direkt bauen. Ah, jetzt kann ich halt niemand mehr... Was ist mit euch? Warum steht ihr hier so rum? Herr der Rune? Ich bin nicht ganz sicher, warum die rumstehen. Ich nehme mir einfach mal einen davon. Und baue ein Tempel des Lichts. Oh, die haben echt jetzt einen scheiß weiten Weg, aber naja, ist jetzt halt so. Wenn ihr rumsteht, dann baut ihr einfach mit. Dann arbeiten wir ein wenig am Steinbruch. Ich meine, es sind eh schon tausend Steine, so viel brauchen wir auch nicht. Das ist vollkommen okay schon. Und dann würde ich jetzt hier mal noch ein paar... Ein paar nur hinschicken. Wir müssen ja noch Kleriker machen. Jetzt ist echt die Frage, wie komme ich denn jetzt weiter? Bin ich mir jetzt noch nicht so ganz drüber am klaren. Muss ich ehrlich zugeben. Hier ist ja nirgendwo mehr etwas Nahrung produziert. Ich kann doch nur mit ihr reden. Mehr kann ich doch gerade gar nicht machen. Ich bin verwirrt. Aber die... Muss ich einfach hingehen? Wir probieren es einfach mal. Ich gehe mal hin. Wir haben ja einen Schlüssel bekommen. Vielleicht müssen wir einfach selber das Tor öffnen. mit dem Schlüssel. Ich dachte halt, ich gebe den ihr und sie geht weiter. Geschlossenes Steintor. Das Tor ist verschlossen. Ein großer Schlüssel könntest du öffnen. Okay, gut. Wir müssen es selber machen. Verwenden wir den mal. Der Schlüssel passt. Das Tor öffnet sich. Finde ich gut. So, da würde es jetzt weitergehen. Dann muss ich jetzt mal... Hier unsere Krieger hinschicken. Ähm, so. Wir wollen mit dem hier mit hin. Ja, genau. Augen mit der Offenheit. Ähm, arbeitest du mit? Naja, jetzt immerhin. So, wie sieht es hier aus? Hier wird produziert, hoffe ich. Ja, könnte sogar noch einer mitmachen. Nee, es sind nur... Hä? Warum kann ich fünf Leute beschäftigen, wenn du... Es sind wahrscheinlich nicht nur immer drei. Ja, du bist gerade ein bisschen... ...umsonst damit. Das ist natürlich blöd. Da schicke ich dich lieber wieder zurück. Wenn da eh nur drei Leute machen können, bringt das uns ja nichts. Das ist... So. Wir werten hier mal auf. Wir haben uns hier natürlich jetzt wieder lange nicht gekümmert. Gebäude wurde errichtet. Mhm. Sehr schön. Gebäude wurde errichtet. Jetzt müssen wir halt noch Aria sammeln lassen. Erstmal können wir da leider nichts machen. So, hier sind jetzt so ein paar Schützen. Bereit für den Kampf. So, ihr seid auf Platz... Schützen? Was sind denn Schützen? Ach, hier. Äh, das ist Nummer vier. So. Und jetzt nochmal einmal alle. Und auf die Eins. Nee, da sind nicht alle gerade, oder? Gucken wir mal. Doch, sieht gut aus. Ja, warten wir jetzt oder gehen wir schon... Wir gehen schon weiter. Kommt. Wir kümmern uns hier schon mal um einen kleinen Viech, was uns möglicherweise entgegenkommen kann. Die Kleriker können nachkommen. Na, hier bin ich mal ein bisschen vorsichtig. Warum sehe ich hier nichts? Das bohrt sich Alarmarschig auf hier. Okay. Ja, genau. Schnell. Beeilt euch mal. Wir haben keine Zau. Wow, wow, wow. Okay. Das ist eine Menge. Okay, hier wird schon gekämpft gerade. Ich hole noch ein paar Skelette. Wow, das kann jetzt ein bisschen Hardcore werden. Ich hätte speichern sollen. Ich hätte wirklich speichern sollen. Ich hoffe, dass wir das jetzt überstehen. Ansonsten... Okay, der ist gar nicht so stark. Oh, oh. Okay, den haben wir. Das sind ja sau viele. Ach du Scheiße. Ich hoffe, wir sind stärker. Sie schlagen zu. Oh Gott. Das ist gar nicht so hardcore hier. 16 Uhr noch. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Wir werden angegriffen. Ich weiß gar nicht, wo meine Heldin abgeblieben ist. Die ist schon tot, oder? Wir werden angegriffen. Okay, damit habe ich jetzt echt überhaupt nicht gerechnet. Wir sind nur noch 12, aber es sieht gut aus, würde ich sagen. Ich muss mit dem Lampfen nur ein bisschen aufpassen. Ach du Scheiße. Aber wo ist unsere Heldin? Die ist überhaupt nicht dabei. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Das verwundert mich etwas. Oh Gott, da kommen ja immer mehr. Ach du Scheiße. Okay. Ich würde sagen, ihr positioniert euch vielleicht mal hier. Und ich kümmere mich um den Nachschub. Ich kann jetzt sogar schon Kleriker machen. Das ist super. Und ich schicke die auch direkt hier hin. Ich weiß nicht, wie lange das Zeug hier alles liegen bleibt. Ich habe ein bisschen Angst, dass das verschwindet. Ich sammle mich überschneiden. Ja, ich glaube, eins ist schon verschwunden, oder? Der Große hatte doch auch was getroppt. Und dessen Leiche sehe ich schon überhaupt nicht mehr. Oder war ich hier so weit weggelaufen? Wahrscheinlich ist es respawnd. Nehme ich fast an. Das ist natürlich nicht so schön. Naja, ist jetzt so. So, wie sieht es aus? Die Kleriker kommen. Ja, die laufen hier schon lang. So viel wie geht, würde ich sagen. Ich kann hier noch aufwerten sogar. Okay, wir können auch einige machen. Wir brauchen nur mehr Nahrung, glaube ich. Also wenn es jetzt auch um andere Soldaten geht. Sehr schön. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Oh, schön. Die Haie sind sogar schon los. So, und jetzt wüsste ich echt gerne mal, wo ist die? Ist sie gestorben und weggegangen? Aber ich sehe sie hier trotzdem noch. Ich weiß nicht. Wäre die nicht hier eigentlich angezeigt? Ich bin gerade echt verwirrt, wo die ist. Vor allem, ich kann sie ja weiterhin ausrüsten. Aber ich kann sie nicht anvisieren. Hm, okay. Werde ich wohl noch rausfinden. So, Rüstungssache 2. Intelligenz 2. Nö, ist unseres besser. Hast du überhaupt einen Helm? Der hat gar keinen Helm. Ich gebe dir das mal, obwohl ich dich nicht sehe. Hose geht leider nicht. Okay. Haben wir wieder ein bisschen was zum Verkaufen, würde ich fast sagen. Gib das Zeichen. Bin unterwegs. Na, kommen sogar noch mehr. Okay. Ja, wir brauchen jetzt auf jeden Fall ein paar Leute im Nachschub. Am besten auch mal wieder ein paar Nahkämpfer. Ich glaube, da sind uns einige weggestorben. Übrigens, ähm, falls ihr euch wundert, wo die Cam ist, ich, ähm, ja, musste leider jetzt drauf verzichten. Ich muss mir unbedingt, das ist total komisch. Also die ganze Wohnung ist hell. Auch hier, wo ich aufnehme, ist eigentlich hell. Und trotzdem ist es in der Cam, also im Kamerabild, total duster. Als würde ich hier im Dunkeln sitzen. Und deswegen habe ich sie jetzt erstmal ausgeschalten. Ich muss mir da irgendwas einfallen lassen. Leider habe ich nicht so viel Spielraum, was die, den Laptopstandort, wo ich aufnehme, angeht. Es geht wirklich nur in diese einen Ecke. Ähm, ja, Dachgeschoss, Wohnung, Schrägen. Also muss man gucken, wo man sitzen kann und sich nicht den Kopf stößt. Und das ist jetzt halt, ja, das Problem. Ich kann mich nicht umsetzen für die Cam. Ich müsste irgendwie eine kleine Lampe besorgen und die trotz flichten Tage anmachen. Würde ich auch tun fürs Let's Plane. Aber ich bräuchte halt erstmal eine Lampe. Jetzt muss ich halt erstmal gucken, wo ich halt eine kleine Lampe herkriege. Kann ja nicht so schwierig sein. Muss aber halt erstmal eine suchen. So, kommen hier schon wieder neue? Wow, das hört gar nicht auf. Scheiße, wenn ich mich nicht beeile, dann wird das so nix. Äh, nee, auf Platz 6. Oh ja, naja, egal. So, 23 haben wir wieder. Oh, du bist auch dabei, ist ja schon. Ähm, geht der schon dazu? Ja. Ich würde schon mal vielleicht den Vorlauf machen. Die anderen können sich ja da gerne unten weiter sammeln. Ich muss aber langsam mal nach vorne laufen, sonst wird das hier, glaube ich, nicht viel. Ich glaube, die kommen wirklich einfach immer wieder. Unser Mana sieht ganz gut aus. Da könnten wir uns mal wieder Skelett holen. Ich weiß nämlich nicht, wie viele uns noch begleiten. Äh, von da oben scheinen die zu kommen, oder? Vorsicht, sie sind hier! Ich glaube, ja. Was hier ist, kann ich noch nicht sagen. Vorwärts! Das ist ein Hinterhalt! Oh, da sind wir so. Kommen die jetzt von vorne oder von hinten? Ich bin mir nicht sicher. Jawohl! So, ihr. Kommt bitte nach. Befehl verstanden. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, gleich entscheiden. Oh, ja. Dann weiß ich ja, wohin will. Na, wo bleiben sie denn? Monument der Menschen. Ach, das ist ein Monument der Menschen. Gar kein Heldenmonument. Mist. Darauf hatte ich jetzt eigentlich gehofft. Also, kurz mal sammeln. Ich sammle jetzt alle erstmal unter der Einsicht. Ich hab jetzt keine Lust, das alles einzeln zu machen. Tatsächlich ein Heldenmonument. Äh, ein Menschenmonument. Aber da kann ich jetzt nichts machen, oder? Weil Feinde noch in der Nähe sind. Wüsste ich gar nicht, dass dann keine Feinde in der Nähe sein müssen. Hm, ja. Guck mal, wir könnten erstmal da oben... Ah, hier sind noch Elonis. Na, super. Dann gehen wir doch da erstmal hin, oder? Empfangt ihr mich irgendwie? Ah, warte mal. Das machen wir anders. Ich hab ein bisschen Angst, dass wir wieder Horden lang rennen. Ich mach das jetzt mal nur mit Len 4. Falls da irgendwie Goblins zu unserer Stadt rennen und die ist dann schutzlos nachher. Ja, geht doch mal ihr aus dem Weg. Mensch. So, die können hier wachig stehen. Was führt euch hierher? Ein Auftrag des Ordens. Ist dies die Siedlung der Eloni? Nein. Sie liegt auf der anderen Seite des Hügels. Ihr müsst euch das Waldtal, um sie zu erreichen. Wie ist eure Lage hier? Beinahe hoffnungslos. Noch konzentrieren sich die meisten Angriffe direkt auf die Siedlung. Solange das so bleibt, können wir uns halten. Doch was danach ist, daran wage ich nicht einmal zu denken. Wir haben viele Verwundete aus dem Wald geborgen. Ich muss mich um sie kümmern. Ihr entschuldigt mich. Falls ihr euch wundert, warum ich gerade lachen musste, als der Dialog gestartet hat. Ich fand das einfach so witzig, wie er sie gesagt hat. Was führt euch hierher? Das gelang irgendwie so ein bisschen, weiß ich nicht, so am Anfang von so einem kleinen Bitchfight. Ach schön. Könnt ihr mir Krieger zur Seite stellen? Ach, brauche ich doch gar nicht. Indem ihr Krieger zur Seite stellen? Hm. Einige der Verletzten sind wieder so weit genesen, dass sie euch begleiten könnten. Gut. Die Bögen eurer Schwestern werden eine große Hilfe sein. Hier sind sie. Sie werden euch folgen, wenn es sein muss bis in den Tod. Hoffen wir, dass es dazu nicht kommt. Viel Glück. Entschuldigung, dass ich gerade einmal reinhusten musste. Ich habe tatsächlich kurz mal die Sekunde des Gesprächs genutzt, um einfach mal was zu trinken. Wer kommt denn jetzt mit mir? Ihr hier. Auf meinen Befehl. Das war's. Mehr kriege ich nicht. Drei? Auf meinen Befehl, folgt mir. Na gut. Schnell. Wenn ihr meint, das reicht mir, dann bin ich damit erstmal zufrieden. Kann ich hier noch irgendwas abstauben? Ich glaube, fast nicht. Na gut. Oh, ein paar Skelette haben wir noch, so wie ich das hier gerade sehe. Sehr, sehr schön. Gut, dann muss ich euch auch mal meinem Trupp hinzufügen. Sind hier jetzt alle? Ich glaube. Dann gucke ich mal kurz, ob ich noch welche nachschicken kann. Zwei Stück. Die würde ich ja fast hier irgendwie hinstellen. Einfach nur, um zu wissen, wenn da vielleicht Goblins doch noch aus der anderen Richtung umrennen. Ja, dass ich einfach weiß, was da los ist. Oh, hier sind auch noch welche. Ja, guck mal, das sind doch die Eloni, wahrscheinlich der Rest, der sich abgesplittert hat. Äh, nee, wir machen das wieder so. Ihr bleibt stehen. Ich laufe alleine hin. Nein, nein. Wieder falsch. Ich laufe alleine hin. Dankeschön. Dann sprechen wir hier mal mit dem kleinen Resthaufen. Wird hier gekämpft? Nee. Okay, das habe ich gerade falsch interpretiert, das Geräusch. Ihr seid keiner von Brennigans Leuten. Nein. Nein. Ich bin hier, um sie zu bekämpfen. Dann möge euch mehr Erfolg beschieden sein als uns. Da hoffe ich doch drauf. Ihr könnt heimkehren. Der Weg ist frei. Die Lage ist nach wie vor unverändert. Ähm. Das ist jetzt aber nicht das Dorf unten, oder? Ich beende das mal. Oder ich... Ja, ich mache einfach erstmal Schluss. Weil wir haben das doch noch gar nicht freigeräumt. Das muss doch hier erst kommen. Hier ist es doch, oder? Nehme ich jetzt mal an. Das war doch nicht das kleine Ding da unten, was wir befreit haben. Oh, oh. Das sieht schon ein bisschen böser aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir das so hinkriegen. Na, mehr geht nicht. Das ist schlecht. Nee, jetzt noch einen Haupthausbau. Kriege ich dann mehr Krieger? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Da bin ich mir noch nicht so im Klaren rüber tatsächlich. Oh, warte mal. Hier ist was passiert. Ähm. Wo? Was war das jetzt hier unten? Ne. Bei euch nicht. Bin ich mir nicht ganz sicher, wo gerade was passiert ist. So. Der läuft jetzt wohl ganz falsch hin, ne? Warte mal. Das muss ich mal kurz manuell machen. Hier reicht ja eigentlich auch, wenn da einer rumsteht. Der merkt ja auch, wenn was los ist. Ja, ich bräuchte echt noch mehr Leute. Mir ist das ein bisschen zu wenig. Ja. Könnte auch sein, dass es... Okay, wir können es ja eigentlich... Komm, wir probieren es einfach. Bevor ich jetzt hier noch mehr herumbaue, probieren wir das einfach. Das hat ja immer ganz gut geklappt. Gut. Dann, ähm... Aber in der nächsten Folge natürlich erst. Weil jetzt sind wir schon... Ja, jetzt kommen natürlich hier wieder Bücher an die Rand. Ja, wir greifen im nächsten... Im nächsten Moment an. Hier kommen die irgendwo auch noch her. Ach du Scheiße. Okay, ist ein bisschen weitläufiger als gedacht. Na gut. Aber ich mach mal kurz Pause, damit wir nicht noch mehr gestört werden. Das alles in der nächsten Folge dann. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Schön, dass ihr dabei seid. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.